Hallo und herzlich willkommen zu einem Mario Kart Double Dash Let's Play. Für mich schon wäre das letzte Mal. Haben wir voll gut in einem Team zusammengespielt. Hier, die sind Niana und ich. Hallo. Hallo. Und dieses Mal werden wir voll gut in einem Team zusammenspielen. Wie schon wieder. Und ich zeige dir auch Warluigi, weil die haben wir noch nicht gespielt. Ja. Juhu. Wie toll. Ja. Da hat er auf Falsch-Rummes-L auf seiner Kappe. Na ja. Aber weißt du, warum der Warluigi heißt? Nee. Das ist ja bei Mario und dann Wario umgetauscht. Das denken die meisten, aber das stimmt gar nicht. Im japanischen ist dieses War einfach nur ein Wort für böse. Und darum dachten alle bei Warluigi, was? Das gibt ja gar keinen Sinn, wie auf einmal Warluigi war. Nur war es Warios oder so. Haben wir alle heute was gelernt, was? Ja, ich muss dir was beibringen. Äh, Silber. Ja, was? Achso. Widerlich. Wir brauchen Gold. Ja, wenn schon denn schon. Alter, schäm dich. Ach, das ist die Eis-Map. Ja, aber die sind immer falsch. Die, scheiße. Ja, ich weiß. Aber jetzt werde ich nicht schlecht sein. Oh, nee, 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 nee. Und puh. Egal, du sollst einfach draufhämmern dann. Ja, okay. Aber erst halt, wenn eins kommen. Ähm, du, hier wieder ganz normal. Ja, wir machen die jetzt kaputt, die Leute. Ähm, du kannst den... Oh Gott. Ja, bitte was? Äh, sobald frei ist, jetzt einsetzen. Oh, sehr schön. Und? Oh, vernichtet. Ja, behalt. Behalt. Bis jemand vor uns kommt. So lange behältst du ihn. Okay. Wir brauchen keine anderen Items. Items ist für... Nups. Oh, ich vergesse immer hier. Wir verlieren das Item. So wie es so bei mir erwischt, glaube ich. Und wenn nicht haben wir einen Vorteil. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, Banane. Egal. Jetzt habe ich schon. Ach, ich glaube, wir verlieren das nur, wenn uns zum Beispiel Banane fliegen und jemand uns dann boxt, dann verdienen wir es auf jeden Fall. Das kann... Ah, ich so drecks Banane. Wo kommt die her? Bananenproblem. Wo kommt die her? Die hat die Bannanproblem. Ja, genau. Egal, wir haben ihn noch erwischt. Das ist Säcke. Und... Oh, alter, wie Cheater. Assi. Nur weil da so ein fetter Donkey Kong hinten ist. Achso, ja. Egal, ein Säzerino. Oh, schade, keine Ahnung. Ah, jetzt bauen die uns umsonst, halt. Idiot. Ist mir auch immer passiert. Was haben wir denn, Banane? Ja, ein Säzerino einfach einsetzen. Wir brauchen besseres. Ja, ich weiß. Und... Und... Scheiß Bananen. Und... 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 Piu. 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 Du... 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 Ich... Ich... Einfach nur drauf, Hermann. Falls wir es noch gerechtzeitig bekommen. Soll ich mal loslassen? Achso, hä, was? Das hat jetzt... Ach, shit. Ah, Mann. Warum kommt das eigentlich mehr? Egal, wir sind noch Erste. Bald nicht mehr, weil... Hä? Das war die letzte Runde schon. Ciao, so gut sind wir was. Boah, sind wir gut. Tja. Das war knapp. War überhaupt nicht knapp. Ich habe schon Donkey Kong auf der Karte gesehen, wie wir ganz nah ran kommen. Du, hör mal auf, die ganze Zeit auf die Karte zu schauen. Die ist wichtig. Nein. Deswegen bist du so schlecht. Nein. Nein. Deswegen bist du so schlecht. Ich bin gar nicht schlecht. Dann musst du auf die Karte schauen. Oh, scheiße. Ich sei einfach drauf, Hermann. Das mache ich auch. Ja, und dann sobald ihr... Eins jetzt. Sehr schön. Boom, perfekt. Ich bin mir nicht sicher, ob nur du das schaffen musst oder wir beide. Ich glaube, wir beide. So, ist das ein? Ja, der schon immer hinter uns. Ja, das hat sie trotzdem erwischt. Aber neben uns war... So, hier kann man ziemlich leicht wissen, wann ich drifte jetzt zum Beispiel. Immer wenn eine Kurve kommt oder was. Ja, schau, das ist... Oh mein Gott. Okay, wenn es so ein alt Auto kommt, dann nicht. Das war ein bisschen lang. Oh, nur noch zweite. Nein, drinne. Ah. Alter, wo? Achso. Äh, okay, ich sollte hier nicht so unbedingt driften. Setz an. Ah, das kann ich jetzt sagen. Es ist jetzt einfach ein. Oh, da vorne. Oh Gott. Die Autos habe ich gar nicht gesehen. Da war noch ein Bomben. Ah, natürlich. Der hat einfach mal unsere roten Panzer kaputt gemacht. So, ein Sack. So, ein Sack. Tja, das scheint. Wer kriegt jetzt die... Special von... Was? Nein, ich will doch einfach nur die Panzer einsetzen. Setzt ein. Mach doch. Hast du gar nicht. Genau. Du musst es gar nicht so stark machen eigentlich. Das sollte eigentlich relativ simpel gehen. Aua. So, nur. Ja, jetzt fahr. Nicht auf vier, aber auch nicht gucken. Ja, aber hier ist alles richtig. Okay. Setz einfach ein. Ist das sicher? Oh, schade. Oh, 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 oh. Nein. Nein, nein. Gottverdammt, wie fies. Ich hasse die Map gerade. Ja, nein. Oh, ich darf schon nicht mehr schreien. Alter, was sitzt das hier für... Und? Was ist das für ein Platz, wie 10.000 Autos in die Richtung kommen von uns? Schau nur die letzte Runde, gell? Pass auf, jetzt kriegen wir ein Bonder Special. Oder den Hund, bitte den Hund. Einsetzen. Hab ich schon. Ja, komm schon. Einmal angestreckt. Zudem. Einmal angestreckt. Boah, ich hatte das Auto weggehauen. Ich habe schon mehr, fahr weiter. Ach, schade. So. Ja, immer noch sechste. Ab und zu runter. Das ist ja, kann ich gar nicht. Ach so. Ich habe heute noch ein Mensch. So. Oh. Alter. Nee, jetzt. Komm schon. Oh Gott. Die große Stelle. Einschätzen. Jetzt. Oh Mann. Egal, noch drittes. Okay. Wir müssen nicht überall zu sein. Wichtig. Hey, das passt zu. Ja, wow, Luigi und Baby Luigi. Ich bin Luigi? Aber ich hüpfe gar... Ach so, weil wir so schlecht sind. Ich weiß nicht. Oh, guck mal, es ist ein... Wir haben gleich viel wie die anderen. Ja, weil die... Das ist, weil die anders aufgeteilt waren. Oh, die Meppe ist ja süß. Ach, sag los. Aber nur von oben. Und jetzt draufhämmen und... Perfekt. Naja. Alter. Warum hauen die uns eigentlich immer weg? Sehr, sehr. Nochmal. Oh. Okay. Okay. Und... Tudum. Guck, so geht es doch viel einfacher. Oh Gott, jetzt ein. Vielleicht... Okay. Vergiss es. Was passiert. Schade. Ach so. Bitte schön. Zweites gerade in dem Moment einfach zu falsch. Na man, wir müssen hier voll im Team arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Na. Ich meine, das ist so super. Ob sie nicht auch nach vorne machen können. Ja, aber nicht so wichtig. Wir waren auch... Bessere items. Wir haben auch so schnell zu sein. Ihr Penner. Böse Gegner. Wir müssen nur aufpassen, dass Donkey Kong glaube ich nicht erst. Sorry. Egal. Sorry. Eigentlich hätten wir es auch bewahren können für... Nee. Eine Stelle Ball. Doch nicht. Da warte und... Setzang. Alter, wie gut. Wie... Die, wie kriegen ihr seid? Das hat uns davor erwischt. Egal. Da braucht schon items. Du auch nicht. Du wirst sehr. Weil ich brauche es ja eh nicht. Ah, das ist echt nervig, dass du denkst. Du musst es nicht immer machen. Manche aber. Nur zu vollbestanden. Ich bin überhaupt nicht zu voll. Nein, wenn. Ich mache mir mein Job so fertig. Oh mein Gott. Oh, nein. Ach, natürlich. Natürlich. Dann kommt der Blaupanz angeschissen. Das war ja klar. Wie fühl ich so verarscht? Das ist auch noch der, 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 wo genau nicht mehr Punkt haben, da fast wie, oder? Ja, ich glaube. Scheiße. Oh, gut. Warte. Und? Oh, ja. Ah, schade. Ich habe verkackt. Letztes Runde. Ah, was für Deutsch. Oh, du hast du, glaube ich, so erwischt. Ja, klar. Was war denn? Was ist jetzt ein oder warte? Jetzt ein habe ich gesagt. Und. Äh. Ich hoffe, das klicken hat mich so laut, aber das ist wichtig. Ja, ich mache es extra. Ich mache es schon leise, gell? Ja. Oh Gott. Oh. Alter, was ist das für eine Strecke? Das ist echt ein bisschen krass. Das ist das Gesicht von Yoshi ist einfach wieder. Oder so. Nein. Komm, 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 schneller. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, da war ein Pilzgewinn. Egal, wir haben die Boasts. Und, 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 und. Gott sei Dank. Ah, wie Nerven aufhalten. Boah, ich sehe dich arm weh von. Weil ich muss es immer so heben, dann muss ich es so machen. Das hat sich die Beine nicht nehmen. Meistens bin ich ja zu laut. Sorry, soweit ich es nicht. Was? Ich sagte ja, nein, nein, nein. Also es ist ja okay, wenn du so laut wirst. Ich habe nur den Zuschauern gesagt, das ist wichtig. Ich mache es extra leiser. DK, Donkey Kong. Oh, krass. Oh, nee, ich mag den Arme. Jetzt musst du gleich wieder Ad, Hämmern. Und? Oh, schade. Ist doch jetzt aber nicht normal ein Stück, gell? Ja, ist doch voll fies. Alter, wie? Viel zu viele Leute, jetzt ist es halt. Oh, habe ich es jetzt außen nach hinten gemacht? Nein, du hast Mario erwischt. Ah, ja, dann. Und dann habe ich ihn noch weggehauen. Oh, Teamarbeit. 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 Wenn es blau wird, kriegst du einen Boost, oder? Okay, gut, habe ich wirklich schon. Mal schauen, was wir weitergekommen. Einfach nach hinten. Hä? Hä? Wie? Nichts, nichts. Okay. Das war gerade nur ganz kurz ein bisschen verrückt, da war alles wieder okay. Oh Gott. Oh, die Stelle mag ich gar nicht. Hier auch ein... Hier auch ein... Nach hinten mache ich mich. Krömer, dumm. Rot war gut, ne? Äh, wie? Ja, die roten Panzer sind besser. Ja, die wir halten. Am besten. Wir halten, okay. Weil... Achso, es hat jemand vor uns. Ja, das habe ich. Oh, habe ich so weit zu gut verstanden. Okay. Weg mit dem. Oh. Egal. Das ist weg. Ich hätte schwören können ich einfach nicht. Solange man nicht abbreitet und unzerfischt, war das dann gehört, okay. Guck mal, wie weit okay doch nicht mehr so weit vorne. Ich habe glaube, den hat zu weit vorne, aber das ist so dieses... Und... Ist dann irgendwo... Ne, okay. Und, und, ja. Geil, eine Banane. Okay, jetzt habe ich Angst, dass ich in der nächsten Runde... Oh. Ach, Julian, das ist jetzt... Ja, bei uns. Der rote Panzer ist vorbei, weil wir schon erwischt wurden von irgendwas. Also war es, glaube ich, egal. Ich glaube, war das nicht, weil wir auf diesem schlechten Partei sind. Ah, ich weiß nicht. Aber... So lange... Oh, das war kein Übel, das ist über euch aus der Schildkirr. Tschüss. Oder so. Ja. Das war süß, okay. Okay. Wenn du meinst. Oh Gott. Okay, ist ein... Ich habe auch eine Banane zum Glück. Wir brauchen den riesigsten Mega-Abstand überhaupt. Ja. Okay, okay, komm schon. Wir haben einen Mega-Abstand jetzt, aber nicht mehr lange. Nein, nicht mehr lange. 279 kmh. Oh, jetzt ist nicht mehr schade. Das ist nicht egal. Das brauchen wir öfters. Das holen wir auf. Wie aufholen? Nein, ich meine, das holen wir auf, diesen Abstand, der, wo da gerade war, den Runden. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kann ich die Banane raushauen, weil jetzt werden wir hier nicht mehr sein. Und schaffst du einen Pisschen? Oh, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Oh Gott. Oh, ich muss da an der richtigen Stelle den Boost einsetzen. Oh, nein, 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 nein. Wie fies. Wehe, wehe, wehe. Nein. Oh, die sind in der Banane rein. Ja, hoffentlich noch ein voraus Mal. Komm schon. Item, Item, Satelliten. Oh Gott. Satelliten. Nein. Ach, solche Arschköpfe. Egal, das war nicht die schlimmen. Alter. Das war voll unfair. Wie fies. Genau dann der Blitz. Komm schon, bitte. Wir brauchen noch. Und dann zu einem Millimeter, genau wegen dem runter. Oh ja, wir sind Erste. Ja, aber mit vier Punkten. Ah. Warum ist es so kaputt machend innerlich? Tja. Ein Spiel ist mehr als ein Spiel. Ein Spiel ist ein... Ist... Wenn du im Spiel stirbst, stirbst im echten Leben. Ja. 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 Wundervolle Siegersehrung. Oh mein Gott. Gott. Glückwunsch. Jetzt haben wir überall Gold, bis auf den allerletzten Dingen. Dabei ist Silber eigentlich viel schöner als Gold. Tja. Aber. Aber. Wir kriegen jetzt... das muss ich noch irgendwann machen aber die brauchen so lange und wenn ich da zu einfach kackt dann gibt es aber du machst mit 50 ccm alle einmal durch ja es ist voll heftig egal hier erstmal boom 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 und boom ja wir sind so gut okay dann werde ich jetzt mal die frage ja und wir sehen uns beim nächsten mal tschau